Wir schleichen jetzt gerade ganz um Kartenrand entlang der EC. Frage Eile? Eile ist 3-7-0. Victor. Ja. Let's see if you have Kurschelkurs. Let's see if you have Kurschelkurs. Let's see if you have Kurschelkurs. Wo bist du gerade ungefähr? Na dann bleib mal lieber mal am Rand. Binge mit Schub 70. Das ist uns eigentlich einholen können. Mm-hmm. Schwarm, Ladar. When do you expect the contact and what do we do? Depends. When if we have contacts that are attacking us we will release the bombs before we reach the airfield and enter the fight. Nordpol? Nordpol? Nordpol heißt über den Wolken. Ach, okay. 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 We have Kurschelkurs. Vielen Dank. Wir sind schon auf, wenn mich nicht alles täuscht, G18. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt warte mal. Ja. Gerade H18 passiert. Und ich liebe navigieren. Weißt du, wir haben das Airfield gleich dort. I'm looking for the Airfield. I found it. Okay. Okay. We'll make a slight laser turn. Schwarm 3. Gehst du langsam auf den Zielanflug? Victor. Victor. Okay. 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 Wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Gegner Airfield. Wir sind genau östlich davon. Okay. What I want you to do after the attack, after you dropped your bomb, go East and we'll regroup at this altitude. gut Victor Perfekt Das im Nordosten Ich denke, unsere enemy Fighters kommen in auf 4 o'clock No visual Oh, ja, Copy, wir haben visual 3 Fragezeichen Aber wir sind jetzt beschäftigt mit unseren Attacken Ja Okay Full throttle And let's get our eggs away Nord oder 100% Nord oder 100% If I can hit an anti-aircraft gun There is one They're taking me out Schwarm 2 Seid ihr das bei dem einen, wo der eine Kunststücke beim Rest macht? Das war's Das war's Nochmal bitte Seid ihr das, diese Fehlergruppe, wo einer gerade Kunststücke ein bisschen weiter oben gemacht hat? Äh, Kunststücke? Ne Einer ist gerade ein bisschen abgesackt, aber ansonsten So they got us bombers, right? I dropped the bomb, but They got me after I tried to pull out I dropped the bomb, but they got me after I tried to pull out Warum ziehst du denn vor der Flak hoch? Warum ziehst du denn vor der Flak hoch? Heading, Heading 95 Ja, aber genau tief sollst du doch sein So treffen sie dich am wenigsten Richtung Heading 105 So that's